Und für den Fall packe ich mir auch mal einen Speer rein. Oh, ist das hübsch. Ich liebe es, wie dieses Spiel aussieht, ganz ehrlich. Oh, da sind Stegosaurus-Huchensöhne. Und die sind süß. Oh Gott, ist das da hinten ein T-Rex. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sehe einen T-Rex. Irgendwie so einen T-Rex zu töten, das hätte schon was. Okay, da seid ihr ja. Aber ich glaube, wenn ich den T-Rex angreife, dann stirbt alles von mir. Deswegen mache ich da erstmal einen kleinen Bogen drumherum. Ja, ja, einen ganz, ganz kleinen Bogen um den lieben Herr T-Rex herum. Ach du Scheiße. Wie voll ist das hier von riesen... Was ist das da hinten überhaupt? Was ich da gerade gesehen habe. Oh Gott. Alter, du siehst cool aus. Was bist du? Okay, hier sind erstmal Fliegen wieder. Ach du Scheiße. Nicht nur Fliegen. Ich hätte vielleicht meinen Speer auch noch reinpacken sollen. Oh Gott. Helf mir. Helf mir, meine Freunde. Oh Gott. Okay. Speer packe ich auf jeden Fall jetzt noch rein hier. Alter. Was kann ich auch reparieren? Speer kommt hier auf die Acht. Handschuh zieht sich dann direkt wieder an. Gut, brauche ich keinen. Alter. Acht. Ach. Okay. Das Zeug mal, den brauche ich gar nicht einsammeln auch. Sowieso unnötig. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Hab Angst. Vor allem... Du siehst cool aus. Bitte greif mich nicht an. Oha. Wer wirft Bäume um? Alter. Die sind... Sind die schnell. Die sind ja cool. So. Ein Stückchen Fleisch erstmal noch essen. Sollt ihr da mit mir? Ja. Sehr gut. Cool. Sehe ich ganz neue Dinosaurier hier. Die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich hab bestimmt schon mal irgendein Bild oder so von denen gesehen. Aber im Spiel hab ich die auf jeden Fall noch nie gesehen. Ähm... Hallo du. Oh du bist ja ein Süßer. Alles klar bei dir? Ach der kämpft gerade gegen... Okay. Du hast letztes Mal meinen Pararippa umgebracht, ne? Deswegen jetzt bist du dran mit sterben. Du Opfer. Oh er ist schon tot. Oh Gott. Was hat den umgebracht? Bitte. Alter die Bellen. Wirklich. Alter die Bellen haben den inzwischen... Schon komplett... Weggefressen. Was geht bei dem? Oh fuck. Entschuldigung. Hört ich nicht. Töten. Alter. Alles so voll von Gefahren. Dahinten ist schon wieder ein T-Rex. Was geht hier bei den ganzen T-Rexes? Okay. Da ist wieder ein Wasserfall. Alter. Okay. Ähm. Ich hab kaum Steine. Wenn ich Steine hätte... Könnte ich vielleicht sogar versuchen... So ein T-Rex zu zähmen. Aber ich glaube das würde recht lange dauern den... Oh fuck. Oh scheiße. T-Rex kommt auf mich zu. Oh fuck. Okay nein. T-Rex wird nicht gezämmt. Oh Gott. Warte ich könnte mich hier hochstellen. Alter. T-Rex. Da bitte seh mich... Oh Gott der wird mich auf jeden... Der wird mich hundertprozentig gleich angreifen. Vielleicht schaffe ich es ihn ja... Okay warte. Ihr. Ähm. Nein nicht neutral. Passiv. Passiv. Du auch. Wir werden jetzt alle passiv. Oh fuck. Ach du Scheiße. Oh Gott der kommt hier hoch. Fuck. Ich glaube Tick, Trick und Truck werden sterben. Und ich glaube ich werde auch sterben. Oh scheiße. Fuck fuck fuck. Ich lenke den zu diesen Riesendinos. Scheiße ey. Erstmal ein Stückchen Fleisch essen auf dem Weg. So dann kann der T-Rex sich mit denen betteln. Oh nein die wollen sich mit mir betteln. Tick. Du bist ein Einträcht. Nein fuck. Fuck fuck fuck. Der folgt mir gar nicht der T-Rex. Scheiße. Ach du Scheiße. Von einem Spinosaurus. Level 4 wurde ich getötet. Okay also meine Gang. Ist schon mal. Geschichte. Die sind tot. Cool. Ich werde jetzt versuchen schnell mal an meine Sachen wieder ranzukommen. Hey warte. Meine ganze Gang ist noch gar nicht tot oder? Es sind erst zwei jetzt. Oh sind ja erst zwei. Das macht ja nix. Nein. Ich gehe jetzt aber schnell. Ich glaube. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Das war nicht die beste Idee die ich jemals hatte. Sich mich da rein zu trauen. Okay. Jetzt sind alle tot. Von einem Rex. Level 2. Alter. T-Rexe sind ja krank. Ey. Wenn ich so einen schaffen würde zu zähmen. Das wäre ja mal mega. Das wäre schon ziemlich krass. Ja da hinten laufen sie wieder rum. Die Mörder. Ihr Mörder. Und da verwüstet er den ganzen Wald. Wenn ich meine Sachen finde. Dann könnte ich versuchen irgendwas zu tun. Aber dafür müsste ich erst mal meine Sachen finden. Ohne. Okay da sind es. Ah ne das sind die von meinen. Äh. Von meiner Gang. Da oben ist der T-Rex. Der frisst sich noch weiter hier durch. Und der Spinosaurus. Der läuft hier rum und meint aufmucken zu müssen. Weißt du was? Ich habe auch schon Stegosaurus getötet. Alter. Junge. Was fällst du? Einfach die Bäume beim Durchlaufen. Was geht bei dir? Oh Gott. Guck mich nicht. Okay. Ich gehe jetzt hier rum. So. Ich will erst mal. Oh Mann. Die dürfen sich noch nicht mal wehren. meine Enkel. Neffen. Was auch immer. Dann. Oder okay. Da ist ein Stegosaurus. So. Da ist Six. Menü. Alles nehmen. Oh Gott. Das ist ein Megapirane. Erschreck mich doch nicht. Du Hurensohn. So. Das hier könnte. Äh. Nein. Das ist Trax. Leck. Das ist Trax Leck. Nehme ich alles mit auch wieder. Das hier ist meins oder? Ja. Nehme ich auch alles. Sehr gut. Dann ziehe ich mich erst mal wieder an. Ähm. Wo sind meine Sachen? Meine schicke. Oh. Level up bekommen. Cool. Darum kümmere ich mich hier nach. Ach. So viel Fleisch brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ach. Ich nehme trotzdem alles mit. Das passt schon. Dann lerne ich mal wieder. Ein bisschen mehr Health. Und. Hä? Was ist das denn? Das gab es das früher auch schon. Nein. Das ist neu. Das gab es früher nicht. Hä? Okay. Cool. Es gibt jetzt scheinbar einen Knüppel. Mit dem ich Leute umknüppeln kann. Gibt es noch mehr neue Sachen? Nicht, dass ich bisher sehen würde. Das Brot ist da noch. Die Brunnen gibt es da auch. Ne. Also. Ich glaube. Das hier könnten so Betäubungspfeile oder so sein. Was richtig geil wäre. Damit könnte ich dann denke ich mal. Wirklich. Was zähmen. Ich habe auch noch nie einen Kochtopf gemacht. Brauche ich nicht. Nö. Okay. Ich lerne später Sachen zu machen. Jetzt erstmal. Halt ich nach dem. T-Rex ausschaut. Der hier meint alles verwüsten zu müssen. Vielleicht. Vielleicht schaffe ich es ja ihn festzubacken. Und dann könnte ich ihn. Dann könnte ich sogar schaffen ihn zu zähmen. Dann dürfte ich hier oben. Oder ich gehe einfach weiter. Richtung Sumpf. Was ich hier eigentlich machen wollte. Aber auf jeden Fall. Je weiter ich inlands gehe. Desto brutaler wird hier alles. Okay. Erstmal Steine sammeln noch. Sonst habe ich keine Chance. Hinten auszunocken. Ich brauche richtig viel eigentlich. An Steinen. Und dann kann ich alles Unnötige feinen lassen. Wenn ich zu fett werde. Ich glaube nicht. Dass die Menge an Steinen schon reicht. Also ich. Bestimmt 100 brauche ich dafür. Ja. Jetzt bin ich schon zu fett. Fast gedacht. Und dass dieser T-Rex in meinem Alleingang hier alles. Aufgemischt hat. Schon ziemlich. Oh Gott. Irgendwas für mich angreifen. Oder? Ah ne. Das bist nur du. Die erschrecken mich jedes Mal so sehr. Jedes Mal. Okay. Was kann ich hier feinen lassen? Alter. Warum habe ich so viel von dem Müll im Inventar? Das brauche ich doch alles. Okay. Das wiegt aber nichts. Das Miet kann ich alles feinen lassen. Nein. Alles eigentlich. Ach. Was soll's. Ich finde schon noch genug. Metall ist recht schwer. Clothes Shirt brauche ich auch nicht mehr. Schuhe ziehe ich wieder an. Das brauche ich auch nicht gerade. Das brauche ich auch nicht mehr. Weg damit. So was sind Craft of Us. Ich mache mir mal ein paar Pfeile. Wieder. Stone Arrow. Thatch Flint Fiber. Ich mache einfach mal 13. Alle. Die ich machen kann. So. Und weiter geht's. Jetzt bin ich immer noch in Kambats. Oh. Das ist ja cool hier. Da ist dieser riesige Berg auch. Was sind das da hinten? Was sind das da hinten für Tiere? Also hier ist es sehr sch... Ach. Ich kann nicht springen. Weil ich immer noch zu fett bin. Was kann ich denn noch alles feinen lassen? Ach. Ein Stack Fleisch oder so kann ich auch feinen lassen. Und jetzt bin ich immer noch zu fett. Mann. Was ist denn außer den Steinen so schwer in meinem Inventar? Holz brauche ich jetzt gerade auch nicht wirklich. Ach. Da ist mein Hut. Ich habe ihn wieder an. Das ganze Pfeil war es eigentlich auch echt schwer. Der Sattel ist so schwer. Ach. Den brauche ich doch sowieso nicht. Weg damit. So. Jetzt ist wieder alles gut. Hier ist es eigentlich richtig hübsch. Hier könnte man eine Hütte machen. Würde ich sagen. Okay. Du bist das. Ich dachte gerade. Was ist das für ein Riesenviech? Und ich habe schon wieder vergessen. Einen Stopp zu machen in der Aufnahme. Hast du ein Raptor? Ja. Da hinten ist ein Raptor. Leute. Ich zeige mir jetzt einen Raptor. Den ich nachher dann noch reiten kann. Äh. Ein Fium. Ach das ist ein Fiumias. Ah cool. Die fetten Kücher da. So Raptor. Ich komme jetzt hier bestimmt nicht hoch. Was? Ein Patchy ist das? Was bist du denn? Okay. Du kannst mich immer noch angreifen. Nicht so geil. Alter. Ach nee. Jetzt sterbe ich an so einem Patchy. Bestimmt. Ich wollte dich doch nur... Tö... Äh. Sam. Nicht töten. Nicht töten. Gott. Hier ist bestimmt gleich wieder alles. Ach komm. Ich will hier raus. Ach fuck. Fuck it. Leck mich. Patchy. Der ist immer noch hier. Scheiße. Was soll denn das? Du blöder Patchy. Okay. Da hinten ist er jetzt. Weißt du was? Nee. Ein Raptor wollte ich mit Sam. Weil ich den auch noch direkt reiten kann. Was haben wir denn da hinten? Sind das Raptoren? Okay. Das ist eine ganze Raptoren Gang. Die gerade irgendwas umgebracht hat. Und das durch die Luft geschleudert hat. Ich muss an irgendeinen Ort kommen. Wo die nicht rankommen. Und dann kann ich die schön in Ruhe. abschießen. Und dann Sam. Da oben wäre eigentlich perfekt. Wenn ich da hochkommen würde. Da muss ich ja auch erst noch treffen. Würde ich wahrscheinlich erst mit dem Pfeil abschießen. Oh Gott. Ja natürlich. Mega-Pranja. Leck. Oh fuck. Okay. Jetzt sterbe ich gleich an Mega-Pranja. Ui. Ultraptoren. Die kommen hierhin. Nein. Ihr Penner. Lass mich in Ruhe. Du Scheiße. Okay. Schnell Fleisch essen. Ähm. Warte. Ich sehe hier nichts. Das Fahnen. Der Fahnen ist viel zu hoch. Ähm. Okay. Kann die Ballen-Pyranjas. So. Da hinten. Okay. Da ist der Raptor. Du bist nur einer, ne? Ach fuck. Ihr Scheiß-Pyranjas ey. Ganz ehrlich. Okay. Da hinten sind noch mehrere. Alter sind hier viele Raptoren. Und alles. An Viechern ey. Krass. Ähm. Ich versuche hier hoch zu kommen noch mal. Ja. Ich hab's geschafft. Okay. Und ich hab's wieder verkackt. Okay. Auf jeden Fall von da komm ich da hoch. Und dann versuche ich irgendwas anzulocken. Und das wird mir niemals da hoch folgen können. Denke ich. Sag ich jetzt. Okay. Sprinten. Springen. So. Jetzt bin ich oben. Jetzt geh ich noch hier hoch. So. Fleisch essen. Nein. Keine Ahnung. Ich seh nix an Gegnern. Und wenn die hier hinkommen, dann fressen nur die ganzen Mega-Pyranjas die auf. Ja man. Mein ganzes Fleisch geht jetzt auch grad kaputt. Da hinten ist. Ist irgendwas, was sich bewegt. Schieß einfach mal drauf. Ah ne. Da sind nur die. Alter. Was bist du denn für ein rotes Viech? Das ist ein Raptor, ne? Okay. Ne. So wird das nix. So wird das nix. Die sind alle zu weit weg. Also da hinten ist auf jeden Fall gerade Krieg ein bisschen. Ist auch auf dem Wasser, wenn ich da ein Haus machen könnte. Das wäre auch ziemlich cool. Aber. Okay. Da kann ich rüber. Oh hallo du Fiumia. Ja. Richtig gesagt. Hier drauf und hier drauf. Oh gut. Und hier rüber. Hier sind nämlich alles Pflanzenfresser gerade. Die sind alle lieb. Und die würden mich bestimmt auch beschützen. Unfreiwillig. Wenn hier irgendwas zugreifen. Ja. Gut. Ich wollte nochmal sicher gehen, dass die Stegosaurus mich nicht einfach angreifen. Die behinderte Schildkrötenmörder. Oh Gott. Bleib weg. Nein. Bleib weg von mir. Ich hab keinen Bock auf euch. Jetzt kommen gleich von unten noch die ganzen Penner wieder. Ja. Wusste ich doch. Ihr Hübensöhne. Ja. Alter. Ja genau. Speer. Geh kaputt. Ach fuck. Hier machen wir einfach einen neuen Speer. Ich hab nicht genug um mir einen neuen Speer zu machen. Natürlich. Ja. Und in meinem Fall krieg ich direkt auch wieder zum Glück. Alter. Ist hier Chaos. Geht ja mal gar nicht. Dahinten ist immer noch das rote Viech. Ist ein Raptor oder? Ist der so voller Blut oder warum ist der so rot? Hallo. Rotes. Ach komm. Leck mich doch. Alter. Die sterben nicht. Ja geht doch ey. Ich bin jetzt von hier im Wasser und sag gleich mein Piranha ist wieder gefissen. Okay. Da ist der rote Raptor. Ich will dich haben. Nein. Bleib stehen. Ach man. Ach. Okay. Jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt kann ich versuchen ihn zu treffen. Komm schon. Alter. Wie schwierig ist das die zu treffen. Bitte. Okay. Also. Ich ziele auf jeden Fall runter ein bisschen. Ich gehe einfach. Ich gehe ein Stückchen näher an den Rand. Okay. Der Berg ist glaube ich ein Rekan. Ach. Kommt direkt ins Wasser gesprungen. Sehr gut. Das ist aber so kalt. Ich will nicht ins Wasser. Komm schon Raptor. Ich will einen Raptor haben. Alles andere ist mir jetzt egal. Ich will einen Raptor haben. Und zwar den roten da. Der ist cool. Das ist ein cooli Bärt. Das ist ein cooler Raptor. Du bist ein cooler Raptor. Und ich will dich. Hör auf weg zu rennen. Und hör auf zu laggen. Spiel. So. Versteck dich nicht hinter dem Stein jetzt. Dieser Arsch. Warum komme ich auf den Stein hier nicht drauf? Was soll denn das? Okay. Dankeschön. So Raptor. Ah ja. Jetzt sehe ich. Ich werde jetzt ein bisschen wieder näher da dran. Ach man. Ich treffe den noch nie. Da kann ich nicht drauf. Nehme ich an. Habe ich richtig angenommen. Okay. Hinter dem Stein ist der gerade. Entweder ist das einfach nur so ein richtig komischer Grafikbug, dass der so rot ist. Oder der ist was besonderes. Ich glaube das ist irgendein Grafikbug. Ich hätte doch kein Glück irgendwas besonderes zu finden. Oh man. Ich könnte eigentlich auch da hoch. Und dann runterspringen auf. Okay. Hallo. Irgendwas fliegendes da. In der Luft. Okay. Da bist du. Och man ey. Ich muss näher an den Rand. Das wird sonst nichts. So. Hier rüber bitte. Oder auch nicht. Komm ich hier raus. Danke bitte dass ich hier raus komme und nicht feststecke. Wie so ein. Okay gut. Wie so ein Behinderter wollte ich sagen. Ja. Das böse B-Wort. Das trifft nämlich sehr gut auf mich zu. Meistens. Ach komm schon. Ich will doch nur auf den Sch... Okay warte. Da ist er gerade. Da ist er gerade. Jetzt steht er... Jetzt steht er... Der steht immer nur... So lang irgendwo... Wie ich eigentlich auf ihn zielen könnte. Bis ich auf ihn ziele. Und jetzt rennt er wieder weg. Der Hurensohn. Höher. Ich muss den treffen. Kann doch nicht so schwer sein ey. Wenn der... Wenn ich so rumwackele wie... Alter ist das rot das Wasser hier. Ist das wegen Blut oder... Hat das einfach Lust da drauf? Okay. Jetzt steht es hier gerade gut. Die geht bestimmt gleich weg. Davor ich... Noch höher kann... Nein. Jetzt bin ich langsam... Doch zu hoch man. Dieser behinderte scheiß Raptor. Aber... Ist das bestimmt nicht... Das ist bestimmt nicht mal... Oh Gott. Ich werde sterben bevor ich ans andere... Oh ja. Auf jeden Fall. Natürlich. Alter. Scheiße. Oh Gott. Okay. Jetzt bin ich in der Nähe vom Raptor. Und was jetzt? Habe ich mir nicht so gut überlegt. Okay. Gut. Okay. Du wirst... Du wirst... Du wirst es... Du wirst es mit mir anlegen. Du bist ein Alpha Raptor. Deswegen bist du so rot. Geil. Ich glaube Alpha Raptoren kann man nicht zähmen. Oh Gott. Oh du Scheiße. Nein. Verpiss dich. Oh nein. Oh Gott. Ja geil. Erstmal 10 Minuten probieren diesen Raptor zu zähmen. Damit er mich dann gleich vernichten kann. Geil. Ich weiß nicht ob ich mich jetzt gleich nochmal auf den Weg dahin mache. Um sowieso nur zu sterben. Oder würde ich es doch lieber sein lassen und... Nein. Weißt du was? Ich schaue jetzt einfach gleich mal auf alles. Gehe Richtung Sumpf. Und schaue mal dass ich da hinkomme. Oh Geis. Ich kriege richtig viel Fleisch hier drin. Aber das war es jetzt mit der Folge von Ark. Diesmal verabschiede ich mich sogar. Also bis zum nächsten Mal dann. Ciao Leute. Ciao. Ciao. Ciao.